Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tony Hawk's American Wasteland dem Classic Mode, weil wir den beim ersten Durchgang noch nicht gemacht haben ja und ich habe mich mal dazu geschlossen die Musik ein kleines bisschen anzumachen denn ich habe gesehen, dass die ganzen Copyright Sachen bei meinem Tony Hawk's Pro Skater 3 Let's Play, der das irgendwie aus elf Parts oder so bestand und davon sieben Parts mal gesperrt waren, aber anscheinend sind die jetzt wieder öffentlich deswegen traue ich mich jetzt doch mal die Musik auf eins anzumachen das wird jetzt wahrscheinlich nur im Hintergrund vor sich hin dümpeln aber ich hoffe, dass das alles schön funktioniert ja, wir haben ja bei der letzten Aufnahme Minneapolis und Santa Cruz fertig gemacht also da haben wir alles geholt, was wir können außer die Gaps natürlich aber ja, wir würden jetzt The Mall machen und The Mall ist das gab es auch schon in einem anderen Teil ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher in welchem die sind eigentlich, glaube ich, relativ easy hier die Sachen zu holen mussten wir hier irgendwas machen? ich weiß es gar nicht mehr ich würde sagen, wir machen erstmal hier die die Dinger, aber wir haben eins vergessen, oder? ich habe schon hm, wo war er denn? oh, können wir denn hier noch den... oh, können wir denn hier noch den... da! und da ist die Feuerwehr wieder unterwegs ich versuche jetzt hier noch bei dem eskalierenden jetzt müssen wir... jetzt müssen wir die kleine... den kleinen Kicker davor nehmen aber ein bisschen was haben wir ja schon zwei Sachen, ich dachte, wir hätten mehr, okay vier Stück haben wir hm nehmen wir mal Flip Manual auf jeden Fall komm, mach mal komplett voll Manual und nochmal, bitte das ist wirklich ganz leise, wie die Musik nur läuft und das ist doch gut schade ach doch, hat er doch gewertet das ist natürlich sehr schön ne? so was war das hier, irgendwie so ein... hm ach, meine Nase juckt das K fehlt wo ist das K wir werden es auf jeden Fall noch huh finden da ganz versteckt so was, mussten wir irgendwas über das Auto machen? sowas? ne aber wir könnten eigentlich noch den... irgendeinen Score machen dafür gehe ich nämlich gerne hier hinten hin das ist das geht hier 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 Okay. Ach genau, den S-Escalator. Den Eskalierenden. Der fehlt ja nicht mehr viel. Ach, ne Kombo mussten wir auch machen. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja gut, also 300.000 Punkte und... Ich weiß nicht, was ist denn? Benni, Hannah? Keine Ahnung. Äh, yes, I want to save. Falls ihr gerade sowas klicken gehört habt, das ist unser Fliegengitter. Das gegen die Tür knallt. Dankeschön. Ähm, gerne nochmal. Так. Okay. Tja, wie kriegen wir denn hier genug Speed? So? Uh! Oder kann man das irgendwie ein bisschen tricksen? Nee, da müssen wir wohl irgendwie... Da haben wir ihn ja doch noch in letzter Sekunde geschafft. Okay, jetzt fehlen nur noch die Punkte und dann natürlich noch die restlichen... Die restlichen Stat-Points... Ich wollte eigentlich ein Wall-Ride machen, aber gut. Ja, dann machen wir es auf diese Art und Weise. Okay, 200.000 hätten wir. Da fehlt ja nicht mehr viel. Hier gab es doch noch einen Cheat. Ich glaube, die habe ich gar nicht gezeigt, die Cheats, weil hier gab es nicht so Mondanziehung. Und da konnte man extrem hoch springen. Oh. Hier ist aber kein... Ich dachte da oben wäre noch ein Punkt gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Punkte wir haben. Hm. Aber wir können hier mal entrunnen. Es ist halt doof, dass das hier nicht angezeigt wird. Hier steht das auch nicht, ne? Naja. Und es ist auch blöd, dass wir da nicht drauf gehen können. Wir gehen einfach mal nach Chicago. Müsste auch ein altes Level sein. Es kann natürlich auch sein, dass das alles alte Level sind, aber... Ich weiß jetzt nur, dass The Mall und Chicago gibt es auf jeden Fall in anderen Spielen auch. Blablabla. So. Ach komm, machen wir hier erstmal ein bisschen was. Wo muss ich denn hin? Für das O? Da ist das O, okay. Okay. Huiuiui. Das war knapp. Na. Ich will den Punkt haben. So. Oh. Ob wir noch Skates zusammenkriegen? Komm, ich steh auf A und das T Das T ist hier, wo ist das A? Hier ist das Tave auf jeden Fall. Das ist A. Was kriegen wir noch? Falsche Richtung. Was muss man hier machen, Nose Grab drüber? Irgendwas muss man noch hier drüber machen. Ich weiß es nicht mehr. Muss man da überhaupt was drüber machen? Ach, ein Backflip. Okay. Ich möchte jetzt gerne die unteren machen. Also den Backflip kriegen wir hin. Hoop Gap. Ich muss mir die Ziele nochmal angucken. Achso, wir haben schon alle fünf. Ja, das ist ja nice. Dann machen wir mal Lip ran. Alles mal hier ein bisschen höher bringen. So. Und den letzten machen wir auf. Ach komm, wir mal auf Switch. Komm. So. Yes. I want to save. Kluck kluck. Hat's gemacht. Es hört sich immer so aus, als ob jemand klopfen würde, aber es ist nur das alle Fliegen getan. und das wäre toll ist, ja.